Dieser neue Ford Transit Connitzt ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 120 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Sandkhour A 7.5 A 7.5 A 8.5 A 5.5 Besterver compromша